Der neue Soundcore Boom 2 Plus ist der bisher leistungsstärkste Bluetooth-Lautsprecher, den Soundcore bisher auf den Markt gebracht hat. Er hat hier mittig zwei große 4,5 Zoll Tieftöner und seitlich zwei Hochtöner. In der Mitte haben wir jeweils 50 Watt und hier außen jeweils 20 Watt. Damit kommt der Lautsprecher auf stolze 140 Watt Gesamtleistung mit BaseUp 2.0 Technologie. Im Normalmodus hat er 100 Watt. Dabei kostet er gerade mal 199 Euro, was echt wenig ist im Vergleich zu JBL Extreme 4, die halt eben 339 Euro kostet. Aber klingt die JBL Box deswegen besser oder macht Soundcore hier den besseren Job? Hören wir uns das doch mal an. Bevor jetzt jemand sagt, die JBL Box klingt doch besser. Ich finde, das kann man so genau gar nicht beurteilen, zumal ihr hier jetzt auch nur eine Tonaufnahme gehört habt und der Sound ja auch immer eine ziemlich subjektive Angelegenheit ist. Deswegen will ich hier auch gar keinen seinen persönlichen Eindruck absprechen. Aber ich habe mir wirklich viel Zeit genommen und habe die Lautsprecher lange gegengehört mit verschiedenen Musikgenres. Und mir ist dabei was aufgefallen. Und zwar ist es bei der Extreme 4 so, dass wir hier im Prinzip einen sehr starken Klangfokus auf Stimmen und auf Rock haben, auf Gitarren und halt eben auch auf den Tiefton. Gerade auf die Frequenzen, die der Lautsprecher eben besonders gut abgeben kann und besonders gut wiedergeben kann. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem AI-Algorithmus zu tun, der hier verbaut ist. Wenn man jetzt mal ein bisschen länger Musik hört, dann merkt man doch irgendwie, dass das Ganze sich so anhalt, als würde man irgendwie versuchen, möglichst viele Frequenzen möglichst stark zu betonen und halt eben das wiederzugeben, was der Lautsprecher eben am besten kann und nicht halt eben so einen gesamten Frequenzumfang. Da habe ich nämlich hier den Eindruck, dass der Lautsprecher das doch deutlich besser kann und hier einfach ein viel breiteres Frequenzband unterstützt. Der Soundcore Boom 2 Plus kommt auch deutlich tiefer, was man gerade bei so Elektropop, Techno oder auch bei R&B ziemlich gut hört. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass der Soundcore Boom 2 Plus nicht ganz so stark in den Höhen betont ist, wie das bei der JBL-Box der Fall ist. Das liegt nicht daran, dass der JBL-Lautsprecher bessere Hochtöne hat, sondern es ist vielmehr eine Abstimmung des Equalizers. Den kann man nämlich in der App anpassen und mit dem Preset Höhenanhebung, wir gehen auf die App auch gleich nochmal genauer ein, kann man dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken und dann wirkt das Klangbild der beiden Lautsprecher mehr identisch, als das ohne diese Equalizer-Einstellung der Fall ist. Was der Soundcore Lautsprecher auch besser macht, ist die Maximallautstärke. Hier habe ich mal beide Lautsprecher bei voller Lautstärke verglichen und habe mit dem Dezibelmesser gemessen, dass der Soundcore Lautsprecher hier über 100 bis zu 110 Dezibel erreicht, während bei dem JBL-Lautsprecher bei 90 Dezibel Schluss ist. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass der Soundcore Lautsprecher länger gleichmäßig die Frequenzen anhebt. Das bedeutet, das Klangbild bleibt schön und so, wie es auch bei leisen Lautstärken hört, während bei der JBL-Box es so ist, dass halt ab einer gewissen Lautstärke, was früher eintritt bei dem JBL-Lautsprecher, dass eben nur noch die Höhen und der obere Mittelton geboostet wird und die Tiefen nicht mehr lauter werden, damit halt eben der Lautsprecher nicht übersteuert. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt der Soundcore Lautsprecher insgesamt besser. Er deckt ein breiteres Frequenzband ab, er hat einen tieferen und satteren Tiefton und er hat auch in den oberen Mitteltönern und auch ein bisschen im Hochton einfach nochmal ein paar mehr Frequenzen, die so nebenbei laufen, wie ich finde. Während sich das bei dem JBL-Lautsprecher alles so ein bisschen gedrungen anhört und sehr fixiert auf bestimmte Frequenzbereiche. Ich habe ja gerade eben schon mal kurz die Handy-App angesprochen. Hier kann man, wie gesagt, einen Equalizer verstellen. Es gibt hier verschiedene Equalizer-Presets. Vier Stück sind es an der Zahl, plus halt eben den BaseUp 2.0-Modus. Und dann kann man hier natürlich auch noch einen individuellen Equalizer erstellen, wenn man da selber mal ein bisschen rumspielen möchte. Dafür gibt es einen 9-Band-Equalizer, wo man halt dann eben auch seine Presets entsprechend abspeichern kann. Dazu haben wir halt auch noch die Möglichkeit, das Licht des Lautsprechers einzustellen. Hier auf den kurzen Seiten, wo die Passivstrahler verbaut sind, haben wir hier nämlich eine RGB-Beleuchtung. Hier gibt es insgesamt acht Presets mit verschiedenen Modi. Blitzlicht, Flamme, Blitz, Energiepuls, Scannen, Zyklon und Prallen. So nennen sich diese tollen Lichtmodi. Wo man dann eben zum Beat pulsierende Lichtanimation hat. Das Ganze kann man dann auch noch individualisieren. Man kann es natürlich auch direkt über den Lautsprecher hier mit einer Taste ausschalten oder halt eben über die App. Ist ein ganz nettes Feature, hat auch schon der Soundcore Boom 2. Für mich persönlich brauchst du aber nicht unbedingt eine Lichtshow am Bluetooth-Lautsprecher. Denn die Sache mit diesen RGB-LEDs ist, es geht ja auch immer so ein bisschen auf die Akkulaufzeit. Und deswegen nehme ich da halt immer lieber die Akkulaufzeit. Apropos Akkulaufzeit, wir haben hier hinter einer Gummikappe, der Lautsprecher ist nämlich auch IPX7 gegen Wasser geschützt, einmal ein USB-C-Anschluss und auch ein AUX-Anschluss, womit man halt eben dann nochmal kabelgebunden den Lautsprecher nutzen kann. Der Akku von dem Lautsprecher kann auch als Powerbank genutzt werden mit 30 Watt Power Delivery. Das ist eine ganze Menge. Damit kann man also auch sein Handy schnell laden. Und insgesamt hat der Lautsprecher laut Soundcore eine Laufzeit von 20 Stunden. Das ist aber von verschiedenen Faktoren abhängig. Einmal davon ist die Lichtshow hier eingeschaltet. Dann wie laut habt ihr den Lautsprecher. Und das ist auch davon abhängig, wie euer Equalizer eingestellt ist, beziehungsweise ob ihr den BaseUp 2.0 Technologie eingeschaltet habt oder eben nicht. Bei ausgeschalteter RGB-Beleuchtung, bei einer Lautstärke von etwa 50 bis 70 Prozent und eingeschalteter BaseUp 2.0 Technologie, bin ich auf so eine Laufleistung von etwa 17 bis 18 Stunden gekommen. Soundcore gibt hier, wie gesagt, 20 Stunden an. Und ich finde, es ist dennoch immer noch, auch wenn es nicht ganz so das ist, was der Hersteller angibt, immer noch eine gute Laufleistung, womit man ja zwei Tage mit hinkommt, locker. In Sachen Bluetooth haben wir hier einen energieeffizienten Chip mit Technologie 5.3. Der unterstützt den AAC und den SBC Standard Codec. Und zudem kann der Lautsprecher auch mit einem zweiten Soundcore Boom Plus in einem Stereo Modus gekoppelt werden. Man kann den Lautsprecher auch dank PartyCast 2.0 mit vielen anderen Soundcore Lautsprechern zusammenkoppeln. Darunter auch mit dem Soundcore Motion Plus. Dann allerdings nur im Dual Mono Modus und nicht in einem Stereo Modus. Die Reichweite von dem Lautsprecher ist im Test ungefähr 20 Meter auf freier Fläche, was ziemlich gut ist. Innerhalb von einem Raum habt ihr da auf jeden Fall kein Problem, wenn ihr da mit drinnen Musik hört. Apropos Soundcore Motion Plus, wenn wir den Lautsprecher jetzt mal mit seinem Vorgänger vergleichen, dann muss ich sagen, das neue Design gefällt mir doch sehr viel besser. Der Lautsprecher hat sich verändert. Er ist ein bisschen kantiger geworden. Er hat hier jetzt dieses Lautsprecher-Gitter von Soundcore. Was alle neuen Lautsprecher von Soundcore haben, ist so ein bisschen jetzt so eine Designsprache, die halt eben produktübergreifend funktioniert. Und das finde ich sehr gut. Wir haben hier weiterhin diesen Tragegriff, wo ich finde, dass er, obwohl er halt mit 3,8 Kilo wirklich ziemlich schwer ist und auch ungefähr ein Kilo schwerer als die JBL Xtreme 4, macht es ihn doch irgendwie handlicher, weil das hier kann man nicht ganz so gut halten. Und das hier hat halt einfach diesen Tragegriff und das funktioniert und macht ihn für mich handlicher, obwohl er schwerer ist. Dazu haben wir hier auch noch die Möglichkeit, einen Tragegurt, der im Lieferumfang mit dabei ist, anzubringen, sodass man sich den auch umhängen kann wie eine schöne Tragetasche. Es gibt den Lautsprecher in drei Farben. Hier neben dem Schwarz gibt es den auch noch in Grün und im Blau. Mich persönlich hat der Soundcore Boom 2 Plus im Test wirklich überzeugt. Er hat ein breiteres Frequenzband, er hat eine höhere Lautstärke, er hat eine gute Akkulaufzeit, eine übersichtliche App und ist dabei auch noch 100 Euro günstiger, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen wäre für mich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden Lautsprechern, auf jeden Fall der Soundcore Boom 2 Plus, den, den ich mir kaufen würde. Wie seht ihr das denn? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.